hallo zusammen im heutigen video zeigen wir euch mal ein reines architektur video ganz schnell mit einem filzstift skizziert das ist das ergebnis und das ist einfach mal eine architektur ansicht aus einer schönen amerikanischen stadt so tipps zur perspektive und alle anderen tricks findet ihr in unserem aktuellen buch 100 geniale zeichentricks oder ihr gewinnt es auf instagram unter unserem kanal so und hier geht es auch schon los der ja sozusagen die schwierigkeit des ganzen liegt vielleicht in der stiftführung das heißt wir machen sofort mit dem filzstift das ganze in sogenannten dreipunkt perspektive was man merkt der horz und das betrachter ist relativ weit unten das heißt wir sehen befinden uns mörder weniger im erdgeschoss und schauen nach oben hin und sehen dann das gebäude das ist eigentlich immer kleiner enger zusammen läuft oben das ist eben wichtig wenn ihr so etwas zeichnet dass er eine genau der richtigen stelle dann schon einmal die perspektive wählt die ist dann sozusagen denn den horizont besser gesagt der weit unten ist und nicht so weit oben damit wir praktisch wirklich das gefühl haben dass wir auf der straße stehen und nach oben hinschauen und dann dementsprechend alles auf die flucht punkte ausrichtet also einer ganz weit links einer ganz weit rechts und ein noch mal ganz weit oben meistens darf der obere oder dritte punkt nicht auf dem papier sich befinden weil der dann sonst die perspektive sehr sehr verkürzt ist also der dritte punkt ist immer ziemlich weit oben so und dann hat man das gemacht skizzieren wir alle bereiche locker an deuten wir so ein bisschen die die türrahmen und fenster also all das was ebenso in dem detail zu finden ist des weiteren ist natürlich wichtig die die tiefe des fensters einzuzeigen das heißt auf einer seite ist es ein bisschen kräftiger als auf der anderen seite um damit die tiefe also eindeutig zu sehen ist und hier der rest dementsprechend auch gut ausschaut natürlich auch so die umliegenden gebäude ist es ganz schön wenn man die mit skizziert weil das ganze dann auch deutlich mehr tiefe bekommt das machen wir jetzt deuten wir es mal an und hier auch macht nicht den fehler skizziert immer nicht nur ein gebäude auf dem blatt schwebend weil das einfach so die die gewisse tiefe einfach flöten geht und das ganze mit einem lockeren strich vertiefen wie wir es jetzt hier machen dann bekommt das noch deutlich spannung also wir deuten auch nicht jedes fenster an sondern machen das ganze ein bisschen leichter also zu diesen ganzen tipps und tricks wie man mit sowas umgeht das lernt ihr natürlich bei uns im kurs wenn ihr das möchtet vor ort sei es ein studien vorbereitender kurs der mappen vorbereitungskurs oder ihr möchtet das ganze bei uns hier als eine art fortbildung machen weil ihr job seit architekten in architekten projektplaner dann natürlich bei uns vor ort im kurs das ist jetzt nur eine der tipps und tricks die wir euch dann zeigen was man alles damit machen kann natürlich ganz ganz viele weitere möglichkeiten mit perspektive mit verschiedenen markern umzugehen das bringen wir euch auch bei so dass ihr in der lage seid solche skizzen wirklich in wenigen minuten anzufertigen man sieht das jetzt schon hier wie es aussieht wenn das ganze leicht angedeutet ist mit dem himmel kann man ein bisschen nur auslaufen lassen und fertig ist dann die skizze ganz schnell mit dem marker etwas natürlich größer im format aber so dass das gefühl dessen was wir gesehen haben ist damit wiedergegeben so sieht es aus wenn ihr euch für urban sketching andere kurse online kurse interessiert im haben wir ein kleines repertoire unter online kurse punkt akademie ruhe punkt e ansonsten vielen dank fürs zuschauen bis bald akademie ruhe team akademie ruhe akademie ruhe akademier Vielen Dank.